So, dann kraxeln wir doch endlich mal hier hoch. Und, ah, guck mal hier, Ameisen. Ja, ich muss sie von dem Kreuz ablenken, ja. Aber nicht mit der Ameise, mit dem Krebs. Auch nicht, okay. So, wir haben hier, können wir schon mal eine Rose reinhängen. Uns fehlt hier nämlich noch eine. So, was haben wir denn hier? Nee, okay, hier ist also nur, ähm, das. Gut, dann, ah, guck mal hier. Ja, okay, kommt nicht dran. Dann ärgere sie doch mal. So, jetzt können wir endlich die Rose abnehmen. Da liegt doch noch was. Kannst du es nicht erkennen? Hm. Ich hab auch Krabbe. Nein, Krabbe holt das nicht hoch, okay. Hier ist die Axt. Dann gehen wir doch mal hier rein. Was haben wir denn hier? Die Eichel steckt fest. Die Eichel steckt fest. Hm, mysteriös. Nimm mal mit. Holzklotz, nimm mal mit. So, hier können wir, glaube ich, den Holzklotz reinknallen. Geht natürlich nicht, okay, gut. Ich weiß noch, äh, hier müssen wir nachher das anzünden. Damit wir hier endlich vorankommen und, äh. So, jetzt können wir aber hier dieses Rätsel machen. So, und dann lass mal gucken. Wie war das nochmal? So. 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 Hm. 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 Nein. Shit. Ich hoffe, ich kann das neu machen. Hm. Also nochmal. So. 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 Dann. Hm. Das. 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 Hier. Boah, ich hoffe, das klappt. Hm. Tata. Total falsch. Oh, Mann, ey. Nervt mich das. Das Rätsel, das geht mir so schön auf. Zeiger. Ähm. So. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Boah, ey. Ich... Sorry, ich muss das... Ich muss das gleich überspringen. Also, die, glaube ich, die sind richtig. Aber ich kriege... Aber ich kriege... Die dann nicht mehr hin. Oh, Mann, ey. So, ich werde dieses Rätsel überspringen, weil das ist mir dann einfach doch zu doof hier, ey. So, ich habe es geschafft. Super, toll, perfekt. Oh, Mann. So, hier muss das Kreuz hin. Da haben wir noch nichts, was wir da einsetzen können. Aber da können wir die Krabbe reinschicken. Auch nicht. Okay, die Maus. Äh, die Katze meine ich. Sorry. So. Jetzt können wir uns endlich den Gartenzweck da rausholen. Hol den Gartenzweck da raus. So. Ansonsten... Was haben wir hier noch? Den Griff. Und ich glaube, mit der Krabbe kann ich das aufmachen. Ist natürlich sehr super. Macht man so. Das Glas ist verschlossen. Dann nochmal die Krabbe. Geht nicht, okay. Äh, gut. Dann... Gehen wir hinten hin zum Haus wieder. Und hier ist ja die Axt. Dann können wir den Griff reinmachen. Stellen. Und jetzt. Zack. Mach's. Mach's platt. Nimm alles mit. So, hier rein. Das können wir schon mal da reinfeuern. Ja, die Krabbe geht leider nicht. Boah, wie machen wir denn nochmal Feuer? Ja. Ah, schneid's ab. So. Was machen wir mit der Eichel nochmal? Ähm. Das Wasser brauchen wir gleich. Das weiß ich. Das brauchen wir gleich. So, ich brauche ein Feuerzeug. Was machen wir... Was machen wir mit der Eichel nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Eichel hier hin? Die Eichel hier hin? Nein. Klappt nicht. Okay. Ähm. Hier können wir noch hingehen. So. Jetzt können wir... So ein Rätsel machen. Das sieht so folgt... Also, das sieht so aus... Ähm. Wenn ich hier... Also, wir müssen den halt in die richtige Richtung lenken. Ähm. Und das heißt... Der geht hier lang. Geht hier runter. Geht dann hier. Dann müssen wir... Ähm. Wir testen einfach mal. Genau. So. 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 Dann kommt hier der andere. Genau. Der läuft da hoch. Gut. Stopp. Das heißt also, wir machen den da hin. Da. Halt. Dahin. Dann hier hin. Und dann dahin. Und das Rätsel ist gelöst. So sieht das dann aus. Ja. So einfach ist das. Plupp. Drin ist er. Wir haben eine Tauchermaske. So. Mit der Tauchermaske können wir, soweit ich das noch weiß, hier hin. Und wir können hier mal rein... Luxen. Ein Glasöffner. Ein Glasöffner. Boah. Wer kommt denn auf so eine Übersetzung? Hier ist doch sonst nichts drin, oder? Ah. Ich glaube, ich kann... Ach. Scheiße. Ich habe die gar nicht mehr. Steine. Steine. Steine sind immer gut. Die Steine, die kommen nämlich hier rein. So. Denn wir saunieren gleich. Wie war das denn nochmal? Hier war das... Da oben ist das Glas. Das machen wir auf mit dem Glasöffner. Was ja total logisch ist. So. Das ist auch wieder so ein Rätsel. Da denke ich mir, das ist total unnötig. Äh. Das ist, glaube ich, die Kirsche. Das ist die Erdbeere. Ist klar. Das ist wieder die Erdbeere. Das ist die Tomate. Das ist der Apfel. Das ist die Kirsche. Das ist der Apfel. Äh. Erdbeere. Das ist das Tomatchen. Kirsche. Apfel. Ähm. Kirsche. Und das ist eine Tomate. Und der Apfel. Und die Erdbeere. Ja. Und... Ja. Und wir haben die Traube. Super. Toll. Äh. Manchmal frage ich mich echt. Was sind das für Rätsel hier in dem Spiel? So. Jetzt haben wir hier. Äh. Ja. Und jetzt? Die sieht ganz nach einem Tic-Tac-Tor-Spiel aus. Aber ich kenne die richtige Kombination nicht. Warum kennst du die denn nicht? Hm. Ich meine, die finde ich hier irgendwo später. Was machen wir denn nochmal mit der Eichel, Mann? Ich werde gerade voll bekloppt, ey. Ähm. Da müssen wir dran. So. Was machen wir mit der Eichel? Komm, wir tun mal Wasser hier drauf. Eichel hier drauf. Klappt auch nicht. Ähm. Oder habe ich... Ja, warte mal. Ich muss doch... Da hinten muss ich später hin. Das weiß ich noch. Hier kann ich gerade gar nichts machen. Und hier, das muss ich auch noch machen. Genau. Das weiß ich noch. So. Ach ja. Madame ist verletzt. Oh. Oh. Ich war versucht, dich zu folgen, aber ich habe geschliffen. Ich kann es nicht verletzen. Können Sie mir helfen, mich etwas zu finden, um es zu verletzen? Aber selbstverständlich. Wir retten dich weiter. Keine Sorge. So. Ich brauche aber immer noch, um das hier da wegzumachen. Hier ist, glaube ich, gar nichts mehr. Hier sind wir... Hier sind wir durch. Dann gehen wir einfach nochmal... Da hinten können wir auch nichts mehr machen. Äh. Ich muss... Ich muss ein Feuer machen. Das weiß ich noch. Aber wie mache ich ein Feuer? Wie mache ich das nochmal? Äh. Warte mal denn hier. Ach ja. Besen. Besen. Das ist ein Besen. Oh. Mann, ey. Dann gehen wir nämlich hier in den Haufen und wir machen hier mal sauber. Die Brille nehmen wir mit. Den Senkel nehmen wir mit. Den Schnürsenkel nehmen wir mit. Ähm. Ähm. Ja. Da könntest du eine Schneeflocke herstellen. Das ist wohl wahr. So. Wie war das jetzt nochmal? Mache ich mit der Brille? Feuer? Ich glaube, ja. Nein. Ähm. Wofür war der Schnürsenkel denn jetzt nochmal? Mhm. Das klappt nicht. So. Was haben wir denn hier? So. Ähm. Im Moment stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen mag. Ach, da hinten. Da. Guck mal hier das Eichhörnchen. Genau so war das doch. Da rein damit. Ja, nehmt ihr. Glocke. Für wo war jetzt die Glocke nochmal? Die Glocke. Die Glocke. Ähm. Da kann ich nichts machen. Glocke? Hm. Hier war auch nichts mehr. War hier drin irgendwas? Krass. Ich. So, 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 so. Ne, hier haben wir alles gemacht. Ähm. Hier auch den Haufen vielleicht mit der Brille? Nein, auch nicht. Die Glocke. Für wo war die Glocke jetzt? Hm. Da war nichts. Hm. Hier brauche ich den Bohrer. Das ist klar. Ähm. Hier hinten war nichts. Die Schnürsenkel, die brauche ich später. Weil die... Ja, ja, ist ja gut. Die sitzt nämlich auch etwas. Das brauchen wir nämlich. Ähm. Das muss hier sein. Ich hole mir mal einen Tipp. Hier nicht. Hole ich mir hier einen Tipp. Auch nicht. So. Ey. Was muss ich machen? Also hier war nicht. Hier? Ah, ja. Genau. Hier oben. Hm. Haben die Glocke dran. Tada. Wir nehmen hier die Kerze. Die Kerze entziehen wir natürlich mit der Brille. Ja, so war das. Dann. Nehmen wir die Kerze nämlich direkt mal mit. Gehen hier hinten hin. Und wir können endlich das Feuer machen. Dann. So. Jetzt lassen wir uns noch ein bisschen dampfen hier. Genau. So. Genau. Jetzt sehen wir auch die Kombination. Pilz, 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 Pilz. Ähm. Gut. Dann gehen wir mal hier hinten rein. Hier war das, glaube ich, ne? Also hier Pilz. Da Pilz. Und da Pilz, ne? Tada. Wir haben einen Bonbon. Und wir haben einen. So. Was ist das denn hier nochmal? Kontrollknauf. Jetzt können wir hier nämlich zu den Ameisen gehen. Und legen denen das, legen denen das Bonbon da hin. Und packen das aus. Und die kommen direkt hier hin. Ja. Super Ameisen. Kreuz nehmen wir mit. Gehen hier hin. Packen das Kreuz hier rein. Nimm das Alkoholzeug da mit. Mehr ist auch nicht da. So. Mehr haben wir hier jetzt auch gar nicht. Der Knauf, meine ich. Der war für hier. Äh. Ja. Ja, ja. Die Schneeflocke, die brauchen wir auch nicht. Ich weiß aber im Moment gerade gar nicht. Ja, genau. So war das, glaube ich. Jetzt den hier, den Verband. Super. Und guck mal, worauf die fette Frau sich draufgesetzt hat. Auf eine Hake. Auf eine Hake. So. Wofür war die Hake denn jetzt nochmal? Alkohol? Hake? Nein. Gut. Schnürsel? Auch nicht. Ähm. Hier oben vielleicht das Loch machen? Nee, ne? Hallo wohl? Auch nicht. Braucht die? Auch nicht? Ähm. Da, 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 da. Hier können wir nichts mehr machen? Ja. So, hier ist gar nichts mehr. Hier können wir ja auch gar nichts machen. Alkohol. Für wo war der Alkohol denn nochmal? So, das haben wir gemacht. Wie können wir hier noch? Hier haben wir. Ähm. Hier müssen wir, glaube ich, auch nichts mehr machen. Ah, komm. Fahr mal wieder runter. Geh mal hier rein. Hier ist gar nichts mehr. Oh Mann, ey. Hier können wir auch nichts machen. Ich brauche diesen Abdruck. Das ist klar. Getreide. Ey, für wo ist die nochmal? Kann nicht sein, dass ich mir jetzt hier die ganze Zeit Tipps holen muss. Hat ja auch so die ganze Zeit gut geklappt. Also, hier können wir nichts machen. Okay, ist klar. Ähm. Gucken wir mal. Hier können wir auch nichts machen. So, wir brauchen die... So. Hier können wir auch nichts machen. Gehen wir mal weiter zurück. Also. Also. Noch weiter zurück. Nee. Oder? Warum sitzt ihr denn da? Okay. Hier mit der Hacke vielleicht? Auch nicht. Kerze? Auch nicht. Alkohol? Auch nicht. Junge, 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 Junge. Das Bett. In dem Bett ist nichts. Dann müssen wir mal weiter gucken. Ich kann hier nichts. Äh. Leute. Das ist jetzt ein Witz, ist das. Gehen wir mal hier hoch. So. Hol den Tipp. Hier geht nichts. Ich sollte woanders hingehen. Gut. Dann gehen wir woanders hin. Und? Kannst hier was machen. Da kannst du auch nichts machen. Hier kannst du die Scheibe. Bestimmt nicht einschlagen. Alkohol? Auch nicht. Ähm. Wow. Ein Tipp. Hier geht nichts. Da war der Garten. Hier kann man auch nichts machen. Ey. Das muss doch hier irgendwie weitergehen. Schnürsenkel und Kerze. Ah. Ah. Mann. So. Jetzt können wir hier hin. Können die Schneepoche einsetzen. Und wir können das einfrieren. Oh. Mit der Hacke. Holen wir. Die Flasche hier raus. Nein. Die Glühbirne holen wir raus. So. Und wie es weiter geht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin raus. Bis dann.